So, und damit grüße ich dich, sag hallo, was ist jetzt schon wieder? Prüfung des Sobek, wo Prüfung der Sachmet, was ist jetzt schon wieder? Die haben alle Stufe 40, jetzt im Verarschen, ich kann das noch nicht machen. So, Hallöchen, herzlich willkommen. Was ist jetzt schon wieder? Ich suche die Animus-Störung, alter Neu-Quest, verfügbar ein Geschenktecker, einen großen Stein vom Himmel, gefahren vor den Medium-Pyramiden, das ist immer noch gar nicht, das ist immer noch gar nicht. Ich hoffe, da kommen noch mehr, so drei Tage übrig, drei Tage übrig. Drei Tage übrig, gut, dann können wir die schon mal vergessen. Wir gucken mal trotzdem hier entlang des Lido-Correré. So, hier flackt einer dort dort. Weißt du was? Die 250 EB, die holen wir uns geschwind. Die 250 EB, die holen wir uns geschwind, hat er gemahnt. Was, irgendwas mit Blähungen hat er gemahnt. So, ach, flackt der da im Fluss, oder was? Der spinnt jetzt. Ach, der treibt da schön im Fluss, wunderbarer. Ich hoffe, hier gibt's keine Krokodile, du. Entschuldige. Ich hoffe wirklich, hier gibt's keine Krokodile. Da flackt er dort. Ich sollte dem nachgehen. Wir gucken mal geschwind. Wo haben wir den Kollegen? Reche, Rob. Rettest, Stufe 9, kennst du dich aus? Wo müssen wir hier? Na, Kleido hinter. Alter, ist das hier cool, ne? Obacht! Ich hab hier Sack aus, ne? Junge, ist das hier cool. Können wir hier oben? Jo, hier geht's neu. Ich hab hier gesagt, dann benutzt mir hier... Ach, wo ist der? Wo ist denn der? Okay, ich muss noch einmal ein paar Meter auf. Jetzt... Ja, ich bin nur auf dem Gehsteig. Neue Ordnung, Arsenal in Kibotos. Alter, Speergebiet, willst du mich verarschen? Jetzt muss ich vorsichtig sein. Sterb, du warst. Was? Ich bin nur auf dem Gehsteig. Ich bin nicht nur auf dem Gehsteig. Alter! Ich bin nicht nur auf dem Gehsteig. Na, Kumbe! Na, Kumbe! So! Habt euch jetzt wieder alle beruhigter. Halte, die Axt ist richtig cool, ne? Hier bin ich, Kollege. So, Häuptling, was? Ja, was, was, wenn wir schon hier sind, ne? Wenn wir schon hier sind, hat er gemeint. So, das war jetzt auch Glück. Falle stellen. Ich sollte mal doch hier erst... Ich sollte erstmal wirklich abchecken, wo hier Gegner sind, ne? Na, das sind doch einige von den Jungs hier. Den schnapp ich mir gleich mal als erstes. Hey, Kumbe! So, ich möchte hier runter. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Ach, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Ach, da ist nix. Alter! 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 Hier bin ich. Hier ist niemand. Hier wohnen auch Kollegen. Alter. Willst du mich verarschen, war das knapp? Willst du mich verarschen, war das knapp oder? Was geht hier vor? Verdammt. Nichts geht hier vor, mein Freund. Nichts geht hier vor. So, wo ist der nächste Kollege? So, das nehmen wir natürlich auch noch gern mit. Hey, halt die Waffe griffbereit. Ist das jetzt auch noch neigritten? Hey! Das war's. Fuck, nun kommt jetzt auf einmal her. Ein einfacher Schuss! Das war's. Der rührt sich auch nicht mehr heidel. So, wir gehen jetzt einfach mal hier die Pflicht entlang. Ich weiß nicht, können wir hier... Ist das hier eine gute Idee? Nee, ist hier keine gute Idee, ne? Wohl doch hier ist eine gute Idee, oder? Geht jetzt hier raus? Der geht unten raus. Ruhig, Brauner. So, nehmen wir den jetzt mit. Wo können wir den reinwerfen? Irgendwo wohnen halt keine Sicht. Entschuldige, verzeihe. Was muss ich jetzt niesen? Nee, ich droddel. So. Mahlzeit. So, die schleppe ich natürlich auch noch irgendwo hin. Was hat der hier angezeigt? Aufladen hat er hier. Ach, aufladen den Typen. Was? Nix was. So, ich habe mich nicht in die Kulie gelegt. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Hey, Braun. So, mein Freund. So, was? Den tragen wir auch noch mit. Den tragen wir auch noch mit neu. So, den schmeißen wir jetzt mal da neu. Nice. Haben wir den Kollegen doch gerecht. Ist hier noch einer? Ich hoffe, das kann er mehr, ne? Luden, luden, luden. Blinden, 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 luden, luden. So, meine Lieben. Ich guck dann nochmal hier. Gibt es hier in den Fässern was? Nee, ne? Okay, hier liegen Tode. Okay, gehen wir nochmal. Ach, jetzt sind wir wieder hier, okay. So, hier haben wir das Weitere nichts. Ich dachte, ich werde jetzt erstmal so versuchen, alles zu suchen, was geht. Jo, haben wir hier noch was? Ah, guck mal eine Ahne, ey. Wie die hier mods. Hier ist das was. Hier diesen Bogen-Ding da, ne? Den könnten wir eigentlich auch mal verwenden. Ich will aber und ich versuche immer recht sneaky hier zu sein. So gut es geht irgendwie lautlos. Ah, schau her, da haben Sie das Scheißhaus an, oder? Sehr schön, sehr schön, sehr schön, so. Können wir hier rein? Jo, hier können wir rein. Alter, hier gibt es sicherlich einiges zu loben. Schau, neue Metzgerei haben die Ahnung, oder? Ah, ist das schön. Ah, in der Weihnachtsmetzgerei. So. Gibt es hier was? Alter, der zeigt 20 Milliarden Dinger an, und ich finde ihn nicht einfach so. Alter, was ist da hinten los, ey? Ah, ha, 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 wo hat sich der denn versammelt hier? Nice, ein Sichelschwert. Alter, wie geil. Wie interagieren? Befehl des Philakitai 251, wir suchen eine gefährliche bewaffnete Frau, die verdächtigt wird, den noblen Aktaion ermordet zu haben. Nehmt einige Männer und sucht sie im ägyptischen Viertel, wo sie sich wohl versteckt. Zögert nicht, sie zu töten. Sollte sie Widerstand leisten. Was? Die reden sicherlich natürlich von meiner Frau. Ja, die machen hier nimmer großartig. Alter, war der hier, ne? Alter Verwalter, was haben wir denn hier Feines? Ach, plündern. Kohlenstoffkristall. Nice! Schatz, plündern, einen von zwei. Aber ein schönes Bett hat er hier auch nicht, ne? Für das, dass er Kommandant ist und dem hier alles kehrt. So, luden, luden, luden. Luden. Luden, luden, luden. Blündern, blündern. Luden, luden, luden. Blündern. Nice, nochmal ein Schild. Ah, haben wir doch alles gefangen. Oh, den deckt du auch noch 300. Also da unten. Da hinten haben wir noch was. Gut, dann gehen wir erstmal. Wir gehen erstmal nach oben, aber ich glaub, das oben hier ist doch ein Ding, ne? Ja, so ist es. Also das kann auch von hohen Höhen springen, ne? Wir machen so. Luden, 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 luden. Luden. Hier, Luden. Sigtrum. 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 Sigtes. Sigtes Sigtrum. Sehr schön. So. Dann gehen wir hier nochmal rein. Munition voll, aber ich hab doch hier grad eine Munition gehabt, oder nicht? Ach, da sind die Toten. Ja, die können wir doch flacken lassen. Die machen heute nichts mehr. So. Plündern, plündern, plündern. So. Plündern, plündern, plündern. Luden, luden, luden. Sehr schön. Wenigstens ein bisschen was, ne? Kriegt. Sehr geil, haben wir jetzt hier noch was. In diesem Gebiet, wie es aussieht, nichts mehr. Ja. Sehr gut, Frank. Ja, ah, guck mal hier. Ach, wie ist das schön. Freunde, ist das schön. So. Boah, jetzt dachte ich, wer steht denn da? So, wir gucken mal. Dann haben wir ja das geschafft. Äh, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir gucken mal. Bei den, ne, nicht bei den Fertigkeiten, haben wir nur einen Punkt. Quatsch, Inventar wollte ich rein. Nein, da haben wir nämlich neue Sachen bekommen, hat er gemeint. Oder da haben wir doch was bekommen, da haben wir doch das bekommen, ne? Sixers, nee, Honigwabe. Wollen wir das Sixers? Die Tierprodukte, muss ich auch mal schauen, ob man die nur verkaufen kann, oder ob man die auch noch für irgendwas zum Luden hier, ne? Verwenden kann. So können wir hier was herstellen, hier können wir was herstellen, gratuliere. Okay, ja, maximale Pfeilmenge, versteckte Klinge. Ja, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Stimmt, hier hatten wir noch was. Ja, die sind aber alle doch aktuell schlechter, ne? Weißt du was, deswegen zerlegen wir den. Deswegen zerlegen wir den, haben wir viermal Brose insgesamt. Kennst du dich aus. So, die streitbare Axt. Alter, da haben wir einiges, was wesentlich mehr ist, ne? Hauen und stechen. Diese Klinge ist fett, aber die ist weniger wert, ne? Hm, ich würde ja mal gern echt wieder mit dem Schwert Klinge der Seefäger. Obwohl die Art ziemlich geil ist, ne? So, Zwillingsklingeln, äh Klingen. Sichelding, die können wir zerlegen. Komm, Freunde. Zweimal Brose, da kriegen wir auch immer nur zweimal Brose, ne? Kann das sein. Ja, aber komm, was wir haben, haben wir, ne? Ah, guck mal einer an. Da können wir jetzt hier einiges nochmal herstellen. So, wir haben hier Stabilisierungshandschuh, Fernkampfschaden. Ja, ist alles schön und gut, wird aber doch gern mal erhöht. Den Schaden der versteckten Klinge, benötigte Materialen, 25 mal das. Jo, haben wir doch mal hier ein bisschen was hergestellt. So, ansonsten, ja, Quest, da brauchen wir nix. Wir könnten, was ist denn das, der letzte Leihwächter neben Quest 15? Wir könnten, wir könnten eigentlich mal darum, ja, wir könnten eigentlich das machen, oder? Bevor wir dann hier hingehen, überall. Haben wir hier noch irgendwas? Haben wir hier noch ne Quest? Alter, Verwalter, sehr schön. So, dann hätte ich doch gesagt. Ja, komm, mach mal die Insel, oder? Hat er gemeint. Mach mal die Insel, hat er gemeint. So, da oben ist es rum. So sah doch der Turm von Babylon auch aus, ne? Jo, 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 jo. Ach, ist das cool hier. Ist das cool hier. Ah, ich muss wieder nix. Verzeih mir, ah, Entschuldige. Ich vergesse sowieso wieder rauszuschneiden von euch. Gibt's hier was zum Looten, ne? Oh, was ist das hier? Ach, ein Brunnen, oder? Wasser trink ich. Für die... Weinrieben wird's nicht sein, oder? Hier sind keine Weinrieben. Oha. Oha, was haben wir denn hier? Nochmal so'n Ding. Oh, Faros Militärvorräte, alter. Jo, Schaden und Gesundheit verbessert. Stufe 15. Ähm, können wir hier looten, oder? Ach, grüß Gott. Wurst, bleib steh. Jetzt kommt da der Tipp. Bist du gelieb, oder? Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Okay, ich sollte mich nicht... Also sind wir doch hier richtig, ne? So Faroos Militärvorräte. Also willst du mich verarschen? Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Du hättest nicht herkommen, sollst. Okay, ich hab die falsche Waffe an. Okay, ich hab die falsche Waffe an. Ah, was hauen wir denn rauf hier? Zepter minus 18. Ja, die Axt war doch noch ganz cool, oder? Den Hammer. Komm, Klingenzepter. Kennst du ja aus. Dann wird wiederются. Steck du, Alter. Daimur ist ein Problem, Alter. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Das ist auch jetzt ein Schluss hier. Na, Kunde? Alter, hab ich das Pferd jetzt hier gemacht? Nee, oder? Ah, gut, das Pferd lebt noch. Pferdchen lebt noch. Ja, sauber, ne? Hätte ich machen. So, laden, laden, laden. Wollt. Rahm da mal einer von euch die Leichen da auf. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ja. Damals. Damals soll die Rals die Reichsmart noch was werden. So, wir gehen mal hier nach oben. Ach Gott, der pennt hier. Ach Gott, oh Gott, die pennen hier alle. Die schlafen, die, ach, halt hier, wie geht's so ein Duselkapp, ne? So, Schildchen, Schildchen, Schildchen. Sehr schön, haben wir viele Schilder, die wir wieder gegen Bronze eintauschen können. So, ich geh nochmal hier nach oben. Theoretisch müsste ich auch hier rauf können, ne? Ja, hier gibt's aber nix, okay. Was heißt Idioten? So, gibt's hier nix mehr, ne? Außer halt den Gaul. Gibt's hier noch was? Irgendwie wertvolle Papiere zum Durchlesen. Irgendwelche versteckten Quests. Was haben wir hier unten? Alter, wo kommen die Ratten her? So, ja, ich wollte hier nochmal auf Nummer sicher gehen, dass hier wirklich nix mehr ist. Okay, dann hätte ich gesagt, schnappen wir uns das hier noch. Den Gaul lassen wir Gaul sein. Yeah! Neues Schild. Nice! Sehr schön. Wieder ein bisschen EP. Sehr geil. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir nochmal in die Ausrüstung rein. Nehmen wir uns natürlich noch das Bessere. So, das können wir nochmal zerlegen, gibt Pflicht. Dann kriegen wir auch wieder zwei Brose-Dinger. Sehr schön. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Den lassen wir hier. Und morgen geht's dann da oben. Ich geh mal lieber auf Nummer sicher. Ja, ja. Ich geh mal lieber auf Nummer sicher und versteck mich mal ein bisschen hier, sag ich mal. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Franconia. Ciao. Warte mal, könnte man eigentlich ... Jo, bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss! iv